In Belarus trainieren Soldaten den Umgang mit russischen Iskander-M-Raketen, die mit atomaren Sprengköpfen bestückt werden können. Vor zwei Wochen hatte Russlands Präsident die Stationierung von Nuklearwaffen im Nachbarland angekündigt. Doch was bezweckt Wladimir Putin mit der Verlegung der Atomwaffen? Experte Nikolai Sokow hält Nuklearwaffen für hochpolitisch. Laut dem Experten vom Wiener Zentrum für Abrüstung und Non-Proliferation richtet Putin vor allem eine Botschaft an Polen. Ich bin sicher, dass wir über Short-Range Weapons sind, die Hauptsache in diesem Fall ist nicht der Polen NATO, sondern wirklich Polen. Polen hat den Fronten auf die Aufmerksamkeit zu Ukraine geimpft, alle Menschen. Polen advocates eine sehr toughe Richtung zu Russland. Es ist wirklich über die Veränderung der Russland-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen. Wann genau Russland Atomwaffen nach Belarus verlegen wird, ist bisher unklar. Wladimir Putin sprach davon, dass die Frage der Lagerung der Nuklearwaffen in Belarus im kommenden Juli geklärt sein solle. Doch der Experte meint, dass die von Machthaber Lukaschenko befürwortete Stationierung russischer Waffen auch später erfolgen könne. Wir können nicht sicher sein, aber es scheint, dass Russland nicht mehr die Nuklearwaffen nach Belarus zu bringen. So, der nächste Schritt wird die Verstärkung der Fasilien. Die Veränderung der Fasilien ist, die nun verabschiedet werden, als wir trainieren die Crews, richtig? Aber die aktuelle Bewegung der Waffen wird wahrscheinlich das nächste Schritt. Es wird ein separate Schritt. So everything is now ready, but whether actually Russia will move nuclear weapons or not is the decision that will be made later.